hey meine freunde so heute geht es mal wieder los mit einem vlog oder beziehungsweise ein fahrlog denn ich bin unterwegs mit golf endlich ich hatte ja die ellenbogen op deswegen war es relativ ruhig mit irgendwelchen vlogs konnte einfach nicht viel machen und jetzt langsam was sie hier geht es wieder aufwärts und ja gut dabei ja wie gesagt heute bin ich unterwegs die gopro hängt mit der werde ich euch dann ein bisschen strecke zeigen wahrscheinlich aber in zwei videos das heißt hier in dem video ein bisschen was rein schneiden und dann einfach ein komplettes video wo es die ganze zeit nur strecke ist einmal im schnelldurchlauf so nichtsdestotrotz jetzt geht's los so 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 freunde das war ein richtig cooles shooting mit dem richtig geilen passat und jetzt geht es weiter mit meiner ausfahrt weil es geht es da noch nicht um heimat und dann halt auch nicht so